Let's go Leute, vamos chiquitos, herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Alive-Kommentary heute, so und oh, drei Kisten, oh oh oh, let's go Digga, oh mein Gott, nice, 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 drei Kisten direkt für uns, Alter, wie geil ist das, okay, wir changen euch hier schnell die lila MP, die brauchen wir nicht unbedingt, gönnen uns hier direkt Glühwein, Leute, Glühwein Gang in die Kommentare, schaut euch mal an, wie schön der Weihnachtsbaum ist, ich werde dieses Jahr Silvester absoluten Fortnite verbringen, hier ist einer, nein, der Frechratz hat sich einfach unsere MP gegönnt, war da oben auf dem Dach, verdammt Leute, müssen wir kurz aufpassen, bauen uns hier kurz ein, nein, da ist einer oben aufs Dach gelaufen, okay, wir müssen auch hinter uns aufpassen, oh shit, wie machen wir das jetzt am besten, wir werden jetzt erstmal hier ganz kurz hier den Schlürfi, den Kinderpunsch, hier habe ich auch noch Schüsse gehört, shit, 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 ist er da hinterm Zaun gewesen, wir haben leider keine Schoddy, ah, ich glaube, ich habe ihn da gesehen, durchs Fenster, oder? habe ich mir den eingebildet, ich bin mir nicht sicher, kann sein, dass er hier chillt, da ist er doch, leck mit dir, komm, schnell Wand kaputt machen, okay, jetzt haben wir wieder einigermaßen gut Leben, ich nehme mal trotzdem hier die Verbände mit, hat er noch eine Schoddy, ja, sehr gut, sogar eine blaue, okay Leute, ich höre auf jeden Fall noch, hier, da ist einer, oder? Ah, ich dachte, ich habe ihn gesehen, okay, Digga, wir gehen mal ganz kurz hier aufs Dach drauf, da ist einer, nein, bleib doch hier, weg Digga, 100er Prizzi, da ist auch noch einer, okay, er ist hier hinter gelaufen, ich würde sagen, wir looten den jetzt erstmal, ganz geschmeidig, wir haben schon drei Kills, vamos! Hier noch eine blaue, schallgedämpfte MP, die brauchen wir aber nicht unbedingt, wir können aber hier die Burst AR noch mitnehmen, für die Variation, okay, da ist einer, nein! Er ist so weak, er ist so weak, er weint, er weint, wie Kutito sagen würde, oh mein Gott, die Granate fliegt so hart auf meinen Schäden, er tanzt, er tanzt, nein, besser geht's nicht, besser geht's nicht, wir sehen uns nächste Runde, Was geht ab, Leute? Neues Live-Kommentary ist da, heute eine gediegene Runde Solo, wir drücken jetzt erstmal gleich X, um die gediegene Schneeflöckchen einzusetzen, die bekommt man nämlich seit dem Weihnachts-Update, wenn man einfach eine Runde gewinnt, ganz easy-feezy, so, Digga, folgendermaßen sieht das aus, und ja, Leute, auf jeden Fall werde ich nachher gemeinsam mit meinem Mitbewohner, den ihr noch nicht ganz genau wisst, äh, aber viele haben es schon richtig geraten in den Kommentaren, ähm, die Couch abholen, die neue, die ist richtig groß, Digga, wir müssen die auf jeden Fall erstmal absneaken, und nach oben tragen, so, oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, direkt in der ersten Kiste, blauer Raketewerfer, holy shit! Über uns ist eine Kiste, okay, Digga, wir haben hier auch schon mal direkt noch eine Shotgun, Revolver-Munition, alles easy, hier ist auch noch eine Pistol, die können wir auch mitnehmen, über uns ist einer, Okay, er hat die Kiste geöffnet, Er ist oben, Leute, hier ist ein Trank, den gönnen wir uns gleich, wir müssen erstmal den Typen hier oben wegsneaken, Deck mit dir, jawoll, nice, let's go! Komm, wir gönnen uns noch schnell hier das Verband, Oh, 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 schnell rein hier, Schnell trinken, Digga, und dann gönnen wir uns noch die Kiste, Ich glaub, die ist unter der Garage, beziehungsweise über der Garage, Okay, hier ist noch Ammo, hier müsste sie sein, Leute, Jawoll, Oh mein Gott, noch ein Trank, let's go, Digga, besser geht's nicht, Wir haben direkt eine stabile AR, eine Shotgun, Verbände, und noch einen Raketwerfer, Einer kommt zu uns, ich höre ihn von rechts, Bleib stehen, Jawoll, Schön, 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 Er hat uns leider ein bisschen Schild abgezogen, Aber es ist nicht so schlimm, Haben wir schon drei Kills, Und wir haben noch einen blauen Raketwerfer, Jawoll, Leute, Let's go, Lasst auf, Ich lasse schon mal einen Daumen nach oben da, Schauen wir mal, Ob hier jemand bei der Egg Mansion ist, Okay, hier im Keller ist echt noch niemand gewesen, Oder was? Wurden die Kisten schon beim Tannenbaum gelootet? Ich glaub schon, Ich glaub, Leute, Ich werde absolut Weihnachten und Silvester hier, Ähm, In Fortnite verbringen, Also auf jeden Fall Silvester, Weihnachten werde ich wahrscheinlich nach Bayreuth, Sneaken in meine Heimatstadt, Okay, Hier ist noch eine Kiste, Tatsächlich, Oh mein Gott, Hier wurde noch nicht gelootet, Hier ist noch ein Trank, Beziehungsweise seit dem Weihnachtsupdate, Sage ich ja immer Glühwein dazu, Leute, Glühwein Gang, In die Kommentare, Bitte, Okay, Wir haben hier noch Verbände, Alles da, Okay, Noch eine blaue Burster, Fresh, Digga, Checken wir mal ganz kurz erstmal ab, Was hier noch so geht, Ist hier vielleicht noch, Oh mein Gott, Digga, Was ist hier für ein Loot, Leute, Wir machen kurz die Tür zu, Digga, Damit wir nicht Auge machen, Hey, Digga, Ich hab jetzt gerade dreimal, Was ist das, Ich kann die Tür nicht zumachen, Ey, Scheiß drauf, Dreimal mit der Hand daneben gefuchtelt, Okay, Ich glaub, Hier ist, Oh, Ich hab rechts was gehört, Nein, 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 Okay, Alles gut, Boah, Leute, Da ist er, Ich wusste, Dass ich da ausgehört hab, Ich wollte ihn einfach nur auf Lustig mit dem Raketwerfer holen, Oh Mann, Gott, Leute, Ich bin manchmal so ein kleines Kind, Was heißt manchmal, Wahrscheinlich sogar immer, Ähm, Was legen wir dafür ab, Das ist jetzt die Frage, Soll ich jetzt statt der Shotgun den Schilddrang mitnehmen, Der kann mir natürlich auch sehr gut helfen, Hilfen, Alles klar, Helfen, Ja, Leute, Komm, Wir nehmen jetzt einfach mal einen Schilddrang mit, Digga, Der ist zu wichtig einfach, Gucken jetzt noch, Was hier bei Pleasant Park abgeht, Wir haben schon vier Kills, Alles easy, Laufen wir mal ganz gediegen hier, Rüber auf die andere Seite, Okay, Da oben baut er, Okay, Leute, Er ist hier, Den müssen wir jetzt gleich von oben holen, Sollen wir ihn wieder mit dem Raketwerfer holen, Auch lustig, Er hat noch einen Trank, Oh mein Gott, Leute, Okay, Spätestens jetzt hätte ich auf jeden Fall die Shotgun weggelegt dafür, Hier ist noch eine Kiste, Boah, Was geht hier ab bei Pleasant Park, Hier ist halt noch eine Shotgun, Okay, Wir laden mal ganz kurz unsere RPG nach, Boah, Alles blau, Sieht so schön aus, Mein Inventar, Ich muss eigentlich nur, Kurz, Die Verbände switchen, Hier mit der AR, So passt das, Schauen wir mal, Ob hier irgendjemand auf uns Auge macht, Ein Sniper würde noch fehlen, Okay, Wir checken mal ganz kurz hier von oben ab, Was hier noch so abgeht, Unter mir ist noch eine Kiste, Digga, Was ist hier denn los, Komm bitte in den Skar, Busch, Was ist das, Achso, Ich dachte da ist noch was dahinter, Okay, Alles easy, Hier ist noch, Munition, Sieht so schön aus, Die Beleuchtung, Ich habe noch nie so eine schöne Beleuchtung gesehen, In real life, Das ist die schönste Weihnachtsbeleuchtung aller Zeiten, Okay, Da hinten war ja ich bei dem einen Eckhaus, Okay, Wir können hier kurz drüber steppen, Hier ist noch eine Kiste, Digga, Ich werde hier wahnsinnig, Was geht denn hier ab heute, Haben wir hier die ganze Stadt für uns allein, Oder was, Ist hier noch eine Kiste, Ich lache mir so einen Arsch ab, Das gibt es nicht, Hier ist noch eine Kiste, Unglaublich, Erst mal hier die Wand kurz einschlagen, Dann müsste hier noch eine sein, Genau, Okay, Medikit, Okay Leute, Das ist jetzt echt, Also, Wir können kein besseres Loot eigentlich am Anfang erwarten, Klar, Wenn wir noch irgendwie eine Skar oder so finden, Aber das ist schon absolut stabil, Digga, Wir haben 160 Schuss, 170, Sogar eine Burster eher, Hier könnte natürlich noch einer sein, Ich muss den Baum kurz einschlagen, Ressourcen haben wir auch einigermaßen am Start, Hier ist auch eine Kiste, Krank, Können wir sogar drei Tränke mitnehmen, Ne, Ne, Na, Man kann nur zwei mitnehmen, Okay Leute, Aber ich will jetzt echt nicht noch irgendwas anderes aufgeben, Für den dritten Trank, Ist jetzt egal, Okay, Hier über dem Eingang ist nichts, Hier ist, Glaube ich, Auch noch oben eine Kiste, Aber ich glaube, Hier im Haus können noch eine sein, Ich höre nichts, Okay, Hier ist nichts, Hier wird aber auf jeden Fall oben noch eine sein, Ich habe, Ich glaube, Noch nie so viele Kisten am Anfang geöffnet, Ne, Hier richtig Pack Opening für euch, Noch ein Trank, Oh mein Gott, Ey, Ich könnte so viele Tränke mitnehmen, Ich könnte natürlich jetzt auch statt des Medikits zwei Tränke mitnehmen, Ich weiß nicht, Was schlauer ist, Ich glaube, Ich lasse es erstmal so, Okay, Wir sollten jetzt langsam Richtung Zone steppen, Wo ist die überhaupt, Ja, Okay, Bei Anarchie, Boah, Es leben auch nicht mehr so viele, 24 Gegner noch, Leute, Vamos, Eine Sniper fehlt halt, Ne, Aber egal, Leute, Ich habe sowieso in den letzten Fortnite Live Commentaries so viel für euch gesnipet, Alles easy, Heute ein bisschen AR Action, Ich denke, Hinter mir wird auch niemand kommen, Boah, Wir haben Pleasant Park so gut aufgeräumt, Und wir haben einfach, Ey, Wie viele Kisten waren das jetzt insgesamt? Bestimmt neun Stück oder so, Wenn nicht sogar zehn, Okay, Wir laufen jetzt einfach straight in die Zone, Wir sind schon gleich angekommen, Hier beim Grauen Haus, Okay, Sehe ich eine Treppe, Die gebaut wurde, Aber sonst nichts, Müssen wir auch mal kurz rechte Seite abchecken, Vielleicht kommt noch jemand von Loot Lake, Kann auch sein, Okay, Da hinten habe ich glaube ich nichts gesehen, Da wurde auf jeden Fall gelootet, Vermute ich einfach mal, Das können wir uns jetzt eigentlich sparen, Das zu checken, 20 Gegner leben noch, Da ist einer, Okay, 2x30er Damage, Da ist noch einer, Der andere hat sich dann abgeknallt, Da waren sogar noch zwei Gegner vorne, Oh, Bleib stehen, Okay, Leute, Gehen wir uns mal kurz hier die Ammo, Und pushen ihn direkt, Komm, Wir rushen ihn, Ist er nach hinten gelaufen? Loot Drop läutet direkt vor unserer Nase, Oh mein Gott, Wo ist der Typ? Er ist weggelaufen, Er hat Angst bekommen, Er hat richtig Angst bekommen, Okay, Ich will jetzt nicht zu viel Munition davon verschießen, Da wurde eine Treppe gebaut, Chillt er da drin, Oder was? Hier ist noch Loot Drop, Ich will mir das eigentlich unbedingt gönnen, Aber der muss doch hier irgendwo sein, Hier ist noch ein Loot Drop, Oh mein Gott, Wo ist der denn? Der ist hier irgendwo hingestappt, Ist der unter mir? Da ist er, Der blöde Lebkuchen, Aber ich glaube, Das war nicht der Typ, Den ich gesucht habe, Aber wir gönnen uns erstmal, Oh mein Gott, Noch eine RPG, Okay, Aber wir haben jetzt natürlich schon eine, Öffnen jetzt erstmal hier ganz kurz die Kiste, Was haben wir hier? Goldenes Gehaar, Let's go Leute, Bester Loot aller Zeiten, Ohne Mist Leute, Erstmal die ganzen Kisten hier, Und wir finden hier einfach die krassesten Waffen, Ohne Mist, Heftig, Das habe ich echt selten erlebt, Dass ich hier so oft die Chance hatte, Auf geile Sachen, Und die bekommen wir dann halt auch noch, Okay, Da hinten ist noch ein Loot Drop, Aber ich glaube Leute, Hier war ja noch ein Gegner, Ja, Der Loot Drop wurde geöffnet, Ich wusste es, Der Typ, Der nämlich weggelaufen ist, Der war kein Lebkuchen, Da hinten wird irgendwo einer sein, Er hat den Loot Drop geöffnet, Da ist er, Er baut, Er baut, Ach Digger, Mit einer RPG, Rechnest du doch nicht, Glaube ich, Er leuchtet links weg, Wir müssen mal ganz kurz hier im Headglitch sein, Ich habe Angst, Dass einer von hinten kommt, Machen wir uns mal ganz kurz eine Base, Er ist hier, Ich habe mir seinen ganzen Schild weggehauen, Er hat so Angst, Er wird so Angst haben, Oh shit, Da kommt irgendwas angeflogen, Ja, Das ist der Schneeüberwerfer, Der war echt nicht schlecht, Leute, Wir haben auf jeden Fall noch genug Trank, Und alles drum dran, Um uns hier gleich zu revisen, Okay, Hier ist auf jeden Fall noch ein Medikit, Heftig, Digger, Wir können uns erstmal hier ganz kurzes, Medizin, Das leben auch nur noch 6 Stück, Oh mein Gott, Das habe ich ja gerade eben erst bemerkt, Die Sniper Leute nehme ich heute ausnahmsweise mal nicht mit, Wir können natürlich, Ja ne, Hier sind auch nur 2 Schüsse drin, Ist logisch, Da vorne lag halt noch ein, Blauer Raketwerfer, Da ist noch ein Loot Drop, Okay, Wie machen wir das jetzt am besten, Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal in die Zone laufen, Ich muss mir auch noch die 2 Tränke gönnen, Machen wir jetzt auch mal direkt, Die Zone ist sowieso ziemlich langsam, Ich glaube Leute, Wenn ich einen anderen Raketwerfer aufhebe, Habe ich auch nur 2 Schüsse, Oder? Normalerweise ja schon, Wenn es logisch ist, Aber manchmal habe ich das auch, Wenn ich so eine AR aufhebe, Und ich habe irgendwie mit der einer AR nur 10 Schüsse, Okay, Der Typ hat das geswitcht, Hier war irgendeiner Leute, Dann habe ich auf einmal wieder mehr Schüsse, Wisst ihr wie ich meine? Deswegen kann man schon manchmal mal, Eine andere Waffe aufheben, Jawohl, Perfekt, Oh Gott, Nein, Da hat einer gepiegt, Wir machen ihm mal ganz kurz Angst, Um ihn ein bisschen abzulenken, Ob die Zone kommt, Nein, Oh mein Gott, Das Schuss ging so knapp bei mir vorbei, Wir sind in der Zone, Ich habe Angst zu peaken, Leute, Ist schon ein bisschen risky, Was ich jetzt mache, Da vorne ist halt auch noch eine Base, Ich habe halt keine Sniper, Ich hätte doch die Sniper mitnehmen sollen, Das war echt dumm von mir, Ich habe doch eh jetzt die Tränke getrunken, Er baut, Er baut, Shit, Shit, Wir haben gut Munition, Wir können ihm auf jeden Fall so ein bisschen Angst machen, Jawohl, Komm, Er ist unten runter gesprungen, Oder, Er baut sich wieder hoch, Er baut sich wieder hoch, Ich schiehe kurz, Leute, Nebenbei mit einem Auge nach links, Nicht, Dass wir jetzt gleich abgeschossen werden von da, Ich glaube, Er ist an der hinteren Seite vom Turm weggelaufen, Okay, Wir müssen hier irgendwie in die Zone steppen, Da ist er doch, Das ist ein bisschen belastend grad, Und da könnte natürlich auch noch gleich einer auf uns aimen, Der Typ baute ja richtig schiefen Turm von Pisa und die chinesische Mauer, Einer ist hier gestorben, Ich will nicht gesnipet werden, Das ist das Ding grad, Da baut auch noch einer, Er baut den Turm weiter, Vielleicht schaffen wir es ja hier nach links rüber zu laufen, Was liegt hier rum, Hier liegen nur Verbände rum, Nein, Er hittet mich an, Krass, Krasser Shot, Muss man ihm lassen, Er wird ja irgendwann keine Schocken, Ressourcen mehr haben, Das ist das Ding, Hinter uns ist ein Bootjob, Aber Leute, Wir können auch absolut von hinten jetzt abgeschossen werden, Das ist das Ding, Ja, Da ist auch noch einer, Nein, 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 Wir haben kein Holz mehr, Okay, Einer wurde, Hier weggesnipet grad eben, Jawoll, Weg, 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 Er hat ne Sniper gehabt, Wir müssen ihn eigentlich am besten looten, Der ist echt wichtig, Der Typ, Wir brauchen auch ne Sniper, Okay, Noch ein goldener Raketwerfer, Let's go, Wir haben zwar keine Munition darin, Nein, Ein Moment, Ziellios, Oh mein Gott, das war der Letzte. Holy shit, Leute, ich hab so Herzflattern bekommen. Das war echt der Letzte. Alter, wie krank haben wir das gemacht mit dem Bauern und wir sind so gleichzeitig runtergeslidet den Berg und haben ihn einfach geraped hier mit der goldenen Skah, Digga. Er hatte eine Shotgun, die lila, ne? Das war echt richtig kritischer Hase, aber wir haben noch überlebt hier mit 51 Leben. Leute, richtig cooles Live-Kommentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich das Sofa abholen. Ihr könnt es wahrscheinlich dann auch sehen bei Snapchat. Ich werde davon bestimmt ein Bild posten. Ich freue mich drauf. Haut rein, Leute. Ich würde mich freuen über eine Bewertung. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.